Russland will Deutschland kurzfristig erneut das Gas abdrehen und hat einen weiteren Lieferstopp angekündigt. Ende August soll für drei Tage nichts mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen. Begründet wird die Abschaltung mit Wartungsarbeiten. Der ukrainische Präsident Zelensky wirft Russland vor, seine Gasleitungen zur Erpressung zu nutzen. Die Ukraine bietet Deutschland ihre Pipelines als Ersatz ein. Doch die Verbraucher ächzen unter den weiter steigenden Preisen. Perdita Heise berichtet. Gazprom will Europa erneut den Gashahn zudrehen. Ab 31. August soll die Lieferung über die Pipeline Nord Stream 1 unterbrochen werden. Für drei Tage zu Wartungsarbeiten, wie es heißt. Zwar soll das Gas nach der Wartung weiter strömen wie bisher, doch es bleibt bei der zuvor schon auf 20 Prozent der möglichen Kapazität reduzierten Menge. Die Unsicherheit über die Gasversorgung bleibt also. Russland nutze seine Gaspipelines zur Erpressung, sagt denn auch der ukrainische Präsident Zelensky und mahnt, Je länger dieser terroristische Staat am europäischen Markt und am Weltmarkt bleibt, desto länger bleibt der Energiemarkt instabil. Je schneller sich die europäischen Staaten unabhängig von russischer Energie machen, desto eher kommen sie ruhig durch den Winter. Die Nachricht vom Abend trieb den Gaspreis bereits auf einen neuen Höchststand. Für die Verbraucher heißt das, Heizen wird teurer und teurer. Und die Unternehmensberatung Boston Consulting warnt, die geplante Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent bringe kaum Entlastung. Im kommenden Jahr müssten die Menschen für Heizgas fast dreimal so viel ausgeben wie bislang, das berichtet der Spiegel. So müsse ein Zwei-Personen-Haushalt im Vergleich zu 2020 rund 1200 Euro mehr fürs Heizen ausgeben. Bei einem Vier-Personen-Haushalt verteuere sich die Gasrechnung um rund 1800 bis 2200 Euro. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil fordert daher eine, wie er sagt, pragmatische und unbürokratische Lösung. Wir brauchen in der Übergangszeit dringend erneute Einmalzahlungen für Geringverdienende, insbesondere für Rentnerinnen und Rentner. Die Menschen erwarten rasche Antworten auf ihre immer größer werdenden Sorgen. Die Bundesregierung kündigte unterdessen ein weiteres drittes Entlastungspaket an. Zum Inhalt der geplanten Maßnahmen will man sich mit Verweis auf die anhaltenden Beratungen in der Koalition noch nicht äußern. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.